Ein Leben für die Gesundheit Ein Leben für die Gesundheit. Unter diesem Motto produzieren wir seit 1986 Therapiesysteme für Ihre Gesundheit. Heute kann das Unternehmen auf eine stolze Erfolgsbilanz blicken. Unermüdliche Forschung und Innovation haben dazu beigetragen, dass in vielen Ländern der EU und außerhalb unsere Produkte im täglichen Einsatz sind. Mit Unterstützung heimischer Technologieunternehmen sind wir mit unseren Produkten in verschiedenen Bereichen sogar europäischer Marktführer. Als Anwender profitieren Sie durch ein ehrliches Engagement, höchste Qualität und niedrige Preisgestaltung zum Wohle Ihrer Gesundheit. Bei uns sind Sie in guten Händen. Das versprechen wir Ihnen. Sie sind oft müde und schlapp, kämpfen mit Kopfschmerzen und können kaum noch einen klaren Gedanken fassen. Rückenbeschwerden gehören bei Ihnen zum Alltag. Häufige Schmerzen in den Gelenken schränken Ihre Lebensqualität ein. Oft sind die Ursachen all dieser Beschwerden Stress und Überlastung. Unsere Körperzellen können sich nicht mehr schnell genug erholen. MFT 2000 Das Energie- und Wellnesssystem, Ihr persönliches Erholungs- und Gesundheitszentrum für zu Hause. MFT 2000 Das Energie- und Wellnesssystem hat nur ein Ziel. Dem Anwender eine Hilfe bei der Bewältigung seiner gesundheitlichen Probleme zu sein. Mediziner gehen davon aus, dass pulsierenden Energiefeldern bei der physikalischen Behandlung vieler Beschwerdebilder die absolute Zukunft gehört. Mit dem Energie- und Wellnesssystem werden sämtliche Körperfunktionen langfristig unterstützt. Dazu benötigen Sie das Steuergerät und den dazugehörigen Ganzkörperapplikator, der auf oder in die Matratze Ihres Bettes gelegt und mit dem Steuergerät verbunden wird. Die Anwendung erfolgt am besten während des Schlafens. Das macht Sinn, weil die wohltuenden Energiefelder den Regenerations- und Erholungsprozess wesentlich steigern. Dass chronische Schmerzen die Lebensqualität eines Menschen enorm beeinträchtigen können. Ständige Beschwerden sind eine Höldenqual für Körper, Geist und Seele. Und da versteht man schon, dass manche in ihrer Verzweiflung, ohne mit dem Arzt gesprochen zu haben, zu starken Medikamenten greifen, die mit der Zeit starke Nebenwirkungen haben. Dabei wäre es viel sinnvoller, Schmerzen sanft zu bekämpfen. Und da hat sich die Therapie mit dem pulsierenden Magnetfeld sehr bewährt. Sehen Sie, und die möchte ich Ihnen heute vorstellen. Und dazu habe ich einen Experten zu mir gebeten, den Sie alle längst kennen, weil er oft in unserer Sendung ist und immer wieder gute Ratschläge mitbringt. Es ist Dr. Michael Ehrenberger, er ist Ganzheitsmediziner, internationaler Experte für natürliche Nährstoffe sowie für Naturtherapien. Er kommt aus Mogersdorf. Lieber Herr Dr. Ehrenberger, das Magnetfeld ist eine Urkraft der Erde. Die Magnetfeldtherapie haben schon die Griechen und die Römer gekannt. Auch in China hat man damit also Heilungen vollbracht. Und da fragt man sich jetzt als Laie, wie hat man zu dieser Zeit ohne Geräte das pulsierende Magnetfeld genützt? Das Magnetfeld, wie Sie sagen, Professor Bankhofer, ist eine Urkraft der Natur. Eine der vier Grundkräfte. Die Erde in einem Magnetmantel und er schützt die Erde vor Einflussend aus dem Weltall. Und die Chinesen sind draufgekommen, dass Magnetsteine einen positiven Einfluss auf unseren Körper haben. Sie haben dazu die Steine an ein Seil gebunden und am Körper pendeln lassen. Also schon eine Art pulsierende Magnetfeldtherapie gemacht. Und je nachdem, wie lang die Schnur war, desto schneller oder langsamer war die Frequenz. Was die pulsierende Magnetfeldtherapie betrifft, man denkt da als Laie in erster Linie an die Bekämpfung von Schmerzen. Aber mit dem pulsierenden Magnetfeld kann man vieles andere auch an gesundheitlichen Problemen lösen. Natürlich. Das Leben pulsiert, wie unser Herz pulsiert. Jedes Organ, jede Zelle pulsiert. Das heißt, ich kann die Gesundheit unterstützen. Ich kann den Lymphfluss unterstützen. Ich kann den Schlaf unterstützen, dass wir wirklich entspannt aufwachen. Ich kann chronische Schmerzen positiv beeinflussen, weil die durch Blutung gefördert wird. Ich kann auch Kreislauf unterstützen, aber auch bei Schmerzzuständen wie Migräne helfen. Da gibt es den Wolf-Peter Müller. Einen Mann, der sich mit dieser Therapie intensiv befasst. Und er hat auch mit Wissenschaftlern zusammen eine Technologie entwickelt, die MFT-2000. Und der Erfolg zeigt sich schon daran, dass man ihn den Schmerzjäger nennt. Was steckt hinter diesem Gerät? Dieses MFT-2000, wie Sie sagen, ist ein perfektes Gerät für die Anwendung zu Hause. Für das pulsierende Magnetfeld? Für das pulsierende Magnetfeld. Man muss wissen, da gibt es einen Unterschied zwischen pulsierendem Magnetfeld und dem Magnetfeld, das eher statisch ist. Ich denke an Reifen oder Ringe oder Matten. Das Leben, wie schon gesagt, pulsiert, einen Rhythmus hat, brauche ich ein pulsierendes Magnetfeld, um die Zellen wieder in die Ordnung zu bringen. Und kann das jeder zu Hause anwenden? Ist es schwierig? Prinzipiell kann es jeder anwenden, Herr Professor. Nur, man muss natürlich aufpassen, in der Schwangerschaft, man muss aufpassen, wenn jemand einen Herzschrittmacher hat oder epileptische Anfälle hat, dann bitte unbedingt den Arzt konsultieren. Sonst Prothesen oder auch Herzoperationen, die vorangegangen sind, sind keine Kontraindikation. Wir haben einmal einen Brief bekommen von einer Zuschauerin, die gesagt hat, sie ist ganz entsetzt, sie hat das pulsierende Magnetfeld probiert und die Schmerzen sind stärker geworden. Und wir haben ja dann gesagt, sie soll sich an den Arzt wenden. Und der Arzt hat ja gesagt, sie sollen ja weitermachen. Das ist eine typische Erscheinung, das tritt oft auf. Ist das Erfahrung? Das kennt man in der Naturmedizin sehr oft. Man nennt das Erstverschlimmerung. Das heißt, der Körper war in einem starren Zustand, ähnlich, wenn Sie lange Auto fahren und dann aus dem Auto aussteigen, tut auch das Kreuz ein bisschen weh. Das heißt, eine Erstverschlimmerung kommt, die legt sich dann und dann verschwinden die Schmerzen von selbst. Muss man das pulsierende Magnetfeld als Ganzkörperbehandlung sehen? Prinzipiell ja. Die Matte auf jeden Fall. Es gibt noch ein besonderes Teil, das ich dann bei Knie, Hüfte, Schulter in Anwendung bringen kann. Und unterstützt wird dieser Applikator durch ein Energie-Photonengel, das Anika, Tafelskralle und Aloe Vera beinhaltet. Wir haben gesagt, dass es bei verschiedenen gesundheitlichen Störungen eingesetzt werden kann. Heißt das, es gibt da verschiedene Programme? Ich muss speziell für das Organ das richtige Programm herausfiltern. Es hat eine andere Wirkung, wenn ich jetzt Muskeln behandle oder Gelenke behandle, den Schlaf vielleicht fördern möchte. Und das ist speziell in dem Gerät eingebaut, spezielle Software. Also sanft oder stark. Sanft oder stark oder ganz stark. Die Zellen kommen in den eigenen Rhythmus wieder hinein. Das gibt der Zelle Energie und der Körper kann gesund werden. Herzlichen Dank, Dr. Michael Ehrenberger. Gerne. Für die Anwendung bei örtlichen Beschwerden wird der Kopf-Nacken-Gelenk-Applikator eingesetzt. Dabei ist es wichtig, dass die beiden Muscheln, aus denen das starke Magnetfeld direkt in den Körper eintritt, jedes Körperteil umschließt. Hilfreiche Unterstützung bei der Anwendung bietet das Energie- und Photonengel. Die Anwendung sollte mehrmals täglich erfolgen und kann so zu spontaner Verbesserung der Beweglichkeit bis zur Schmerzbefreiung führen. Neun spezielle Programme mit zusätzlichen Intensitätsstufen bieten dem Anwender viele Möglichkeiten. MFT-2000, das pulsierende Magnetfeld, findet seinen täglichen Einsatz in Krankenhäusern, im Sport- und Fitnessbereich und zu Hause auf der ganzen Welt. Ein physikalisches Therapiesystem mit vielen Möglichkeiten, um mit mehr Freude das Leben zu genießen. Ein geniales und zukunftsweisendes Therapiesystem für alle, die Wert auf Gesundheit legen, nicht nur heute, sondern auch in Zukunft. MFT-2000, das Energie- und Wellnesssystem für alle, die Wert auf Gesundheit legen, nicht nur heute, sondern auch in Zukunft. MFT-2000, das Energie- und Wellnesssystem, empfohlen von Medizinern und Therapeuten. 60 Monate Garantie, da steckt Qualität dahinter. MFT-2000, das Energie- und Wellnesssystem. Was sonst? Alles andere ist Behelf. MFT-5000, das-gereizungssystem. Vielen Dank.